Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Hoffnung. 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 Nummer 10. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hoffnung ist das Licht, das uns den Weg weist, auch wenn der Weg im Dunkeln verborgen scheint. Hoffnung ist das Licht, das uns den Weg weist, auch wenn der Weg im Dunkeln verborgen scheint. Hoffnung ist das Licht, das uns den Weg weist, auch wenn der Weg im Dunkeln verborgen scheint. Jeder Mensch kann durch kleine Taten die Welt mit Hoffnung und Liebe erfüllen. Jeder Mensch kann durch kleine Taten die Welt mit Hoffnung und Liebe erfüllen. Hoffnung ist der Funke, der auch in schwierigen Zeiten in unseren Herzen lebendig bleibt. Hoffnung ist der Funke, der auch in schwierigen Zeiten in unseren Herzen lebendig bleibt. In der Vielfalt der Menschen liegt die Hoffnung auf eine Welt der Verständigung und Toleranz. In der Vielfalt der Menschen liegt die Hoffnung auf eine Welt der Verständigung und Toleranz. In der Vielfalt der Menschen liegt die Hoffnung auf eine Welt der Verständigung und Toleranz. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft sollte uns anspornen, gemeinsam für positive Veränderungen einzutreten. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft sollte uns anspornen, gemeinsam für positive Veränderungen einzutreten. Hoffnung ist das Band, das uns zusammenhält und uns die Kraft gibt, gemeinsam zu wachsen. Hoffnung ist das Band, das uns zusammenhält und uns die Kraft gibt, gemeinsam zu wachsen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.